Hallöchen und Willkommen zurück bei Dead by Daylight. Noch gleiche Aufnahmeset. Fashion. Noch. Achso, ich muss noch aufbereiten. Bist du jetzt jemand anders? Nein. Ich bin noch gar nicht da, ich lade noch. Dann bist du auch nicht bei mir. Oder? Nee, du bist nicht bei mir. Geh mal schnell raus, glaub ich. Äh, sind vielleicht zu viele gejoint. Ja, die Lobby verlassen. Ja, ich hab nen Ladebildschirm. Ja, ja. Die lade ich einfach gleich neu ein. Ja, wenn ich jetzt mal irgendwo reinkomme und mal was verlassen kann, weil blöd, 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 blöd. Dann drück doch einfach Alt und F4 und du bist sofort raus aus dem Spiel. Du musst das Spiel halt zwar neu laden, aber das geht. Nee, ich bin auch in einer Einzellobby gespawnt. Okay, dann. Alt und F4 bist du bescheuert. Kann ich, kann ich dir ne Einladung schicken? Ja, kannst du. Alt und F4 drück ich bestimmt nicht. Warum? Ja, dann crash ich mein ganzes System. Quatsch, nein. Ach. Hm? Hab dir ne Einladung schickt? Ja, ich hab angenommen. Wenn, dann drückt man Escape, aber nicht. Na, Alt und F4 geht auch. Hm? Ne, geht echt? Echt? Ich teste es trotzdem nicht. Ich brauch dir nicht. Ja. Ach so. Ach so. Dann. Aber was ist da nebenan denn los, ey? Die ganze Zeit getrollter und geknalle, ey. Es kann sein, dass entweder zieht der gerade ein oder die renovieren da wieder. Ja, aber nicht um 22.11 Uhr. Da zieht doch kein Mensch ein. Tatsächlich. Haben wir aber auch gemacht. Ne. Ne, so spät sind wir nicht eingezogen. So, Kila ist auch bereit. Ja. Fehlen noch zwei Opfer. Komm. Aber ich find das eh blöd, was du machst. Also, ne? Überleben mit Freunden. Und dann auf einmal, ähm, kommst du schon, äh, kannst du nicht mehr rein sollen. Mhm. Die Logik verstehe ich eigentlich nicht. Oder genauso, du hast ne Lobby offen. Und auf einmal hast du fünf Personen da drin. Ja. Das ist aber nur, wenn die dir nach-johnen. Ja, aber es ist doch kacke. Es ist doch so krasse. Ja, sicher. Och, komm. Mach jetzt. Endlich. Hey. Und jetzt geht er wieder raus. Brassel. Alte vier. Brassel. Bravo. Der hat der Horke gefunden. Das Breitzeichen geklickt. Ach, der hat das auch. Ja, der hat das gefunden. Das ist auch so schwer. Ja, ja. Hallo. Ah, ja. Haha. Ich muss noch ne Festplatte verbauen, aber das mach ich nicht heute. Wolltest du die nicht extern im externen Gehäuse reinpacken? Ach, ja. Ja, das könnte ich auch machen. Wär vielleicht sinnvoller. Luch. Die nicht einbauen. Ein bisschen Ganze, ne? Oh, zack, das Äppchen, ne? So viele Geschenke zu Weihnachten und ich krieg' nen feuchten Händedruck. Das ist nen warm-feuchter Händedruck, will ich dabei sagen, ja? Am besten noch reingefurzt, oder was? Na. Also ich hab die neue Map noch keinmal gekriegt. Wann ist denn los hier? Oh, ich spawne direkt am Haken. Wann ist denn los hier? Ey, was ist aus jetzt? Ich spawne direkt am Ausgang und Haken. Ja, es ist der Fallensteller. Oh, schon wieder. Nun wird der langweilig. Ja, und irgendwie hockt da einer. Bist du das? Ich mach grad nen Generator. Ich auch. Achso, die macht's. Schau mal eben. Fuck. Ne, es ist der Geist, Jo, hab ich. Kann sein? Weiß es nicht. Ah, du kannst die, du kannst die Totenköpfe da kaputt machen, ne? Oh, oh. Ja, ja. Das ist für die Hexe. Wenn du, ähm... Wenn die ihre Fallen stellt. Komm dir nicht hinterher! Nein! Weil die kann... Wenn die ihre Fallen da aufstellt, dann kannst du die da... Scheiße, der ist hinter mir her, hinter mir her, hinter mir her. Achso. Oh, ich hab heute ein Glück, wa? Ey, lass die Glocken endlich! Boah, steck die Glocken ein! Lass die Glocken klingeln! Spiel auch nicht mit meinem Reingern! Was? Aber ich haue immer voll blöd, das ist voll blöd. Ich muss mich nochmal ein bisschen anrufen. Scheiße! Mann! Pack die Glocken weg! Boah, wie glöd, Mann! Was? Mich haben seine Glocken... War da abgelenkt. Ich bin mir auch nicht ständig voll... Irgendwie... Ah, ja. Wie zu was? Ja, ist doch wahr! Jetzt kann ich auch nicht mal modernisieren... äh, modernisieren... ...moternisieren... ...wat auch immer. Oh, Lego, irgendwie! Weil du ganz böse... Ah, 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 ah! Was stöhnst denn du? Killermuss! Nein! Ah, Mann! Boah, der geht mir so langsam echt auf die... ...Lipse! Auf die Weihnachtskristbaumkugeln! Oh, Mann! Der glockt ja nur noch! Der ist auch die ganze Zeit hinter mir her, der... ...Pippen! Bist du das? Nein, ich bin das hier! Achso, du bist die... ...liegt... ...oh, du bist aber ganz schön... ...Gand schön da, wa! Hier, ich habe aber den die ganze Zeit von euch Fern gelockt! Ja, macht ja mal nichts! Das kriegen wir gleich schon gebogen! Das machen wir schon! ... und Haken! Juhu! Alter, was ist denn los?! Ah, die rennt schon weg! Der hat sich unsichtbar gemacht! Ich glaube, der hat keinen Herzschlag, wenn der... ...nach steht! Ich habe Herz! Ich habe aber Herzschlag! Hast du auch Herzschlag? Ja, ja! Hat hier jemand versucht zu befreien? Und geschafft! Ah! Achso, auch noch! Ich habe mal eben den Killer betäubt! Ist gut! Was ist denn jetzt mit mir los, ey? Ich krieg jetzt kein Quicktime-Event mehr hin, wa? Ja, jetzt geht's aber auch fast knapp! Ich brauche eine Kiste! Alter! Ich habe noch zeitlich gedrückt! Was ist denn los?! Hab ich Lachse, oder was?! Und eine Kiste! Wo ist denn? So! Ein Generator noch, ey! Willst du das? Ja, ja, ja! Dann komm mit! Dahinter! Dahinter! Dann heile ich dich eben! Oh, das ist ja lieb! Hier so! Oh, lass die Wippfummeln! Ja, komm mal her da! Oh! Oh, sorry! Sorry! Ja, ist gut! Ein bisschen BDSM! Da steh ich drauf! So! Schlag mich! Ja, fester! Ich bin auch schon weg! Das ist super, so! Gib mir Tiernamen! Du geiles Alt! Oh, der ist die ganze Zeit echt nur hinter mir her! Ich habe den die ganze Zeit von euch ferngehalten! Ich habe aber gut mit dem gespielt! Ich habe den drei- oder viermal getäubt! Ich will die, die, die... ...Krähe hier nicht unbedingt! Oh, oh! Wer ist hier? Wer ist hier? Oh, Scheiße! Ist der hinter dir her? Ich weiß es nicht! Ja... ...Fucking, der ist wieder hinter mir her! Sorry! Ich bin an irgendjemandem vorbei! Du kannst die Totems zerstören! Ich weiß nur nicht, was die bringen! Wenn du die Totems zerstörst! Ich habe einen Tot... Äh, bist du das schon wieder? Hi! Ich habe Pärtsschlag wegen dir! Sorry! Ja, da ist er! Ist nur hinter mir her! Na, jetzt ist er hinter mir her! Zack! Eins auf den Deckel! Ich glaube, der ist sauer! Ah, ich habe auch verdammt böses... ...Herr zu Glocki... Ah, der ist... ...Aber wir sind nicht schlecht! ...Aber wir sind nicht schlecht! Ich bin hinten geblieben! So eine Sch... ...Fucking Scheiße! Nein, ich fluche nicht! Ups! Das ist bestimmt wieder in meine Richtung! Ich weiß es nicht! Ich habe auf jeden Fall... ...extrem Sound gerade! Ich habe auf jeden Fall... ...extrem Sound gerade! Äh, ich bin in deiner Richtung unterwegs! Mach doch mal einer Generator! Nee! Wir sind dabei! Ich war ja gerade dabei! Die eine war dabei! Aber jedes Mal hatten wir Herzpullern! So, ich streike jetzt! Ich bleibe jetzt einfach hier hocken... ...bis endlich mal einer was gemacht hat! Aber dafür blute ich sehr stark! Ah, toll! Jetzt habe ich den schon wieder an mir klebt! Ein Feih! War gerade Generator! Scheiße! Ich darf aber nicht mehr gehittet werden! Ja, folgen die eine... ...weißt du... ...ist Feuer an mir vorbei... ...und... ...wir können mich mal heilen können... ...und hier ist ein Haken! Super! Ich komme mich da gleich weg... Aber gut! Achso! Ah, wenn mich mal einer heilen würde, ne? Ja! Äh, hier ist... ...mein Leben... ...setzt... ...kommt irgendjemand... ...ausgang ist... ...fertig... ...da kommt jemand in meine Richtung... ...das bin ich! Aber ich habe auch... ...verdammt... ...und ich habe jemanden im Schlepptau... ...so... ...ich habe auch keinen Herzpullern... ...aber ich renne jetzt einfach! Ja! Äh... ...eben den Generator aufmachen... ...Generator? Äh... ...Ausgab! Ausgab! Jetzt ist die Frage... ...wo ist dieser... ...belöde Ausgab! Ah, ich sehe... ...ich sehe! Okay! Der ist offen! Der ist offen! Komm, dann stellen wir uns aber hier eben rein... ...und heilen uns! Ey! Ich wollte dich heilen! Ja, danke! Ist die auch angeschlagen? Ja, die ist nicht angeschlagen, oder? Na! Äh, du Arsch! Komm her! Also meine Katze reagiert nicht! Der ist noch nicht in der Nähe! Ihr! Wo ist der denn der... ...Loyität? Achso, ich kann gar nicht hüpfen! Ich will gerade mit der Leertaste hüpfen! Wie doof! Hey, du! Komm her! Nicht zu weit! Denk dran, wenn er sich unsichtbar macht! Ja, ja, klar! Aber, ähm... Ah, sie ist so ein bisschen da verschwommen, ne? Ähm, aber ich habe keine Katze... ...meine Katze... ...gehe real... Ah, der ist... ...ne, das ist der gar nicht! Die andere ist rausgegangen! Ah, der ist auch raus! Alles klar! Komm! Komm! Wir hauen ab! Na, 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 na! Überlebt! Ja! Phil! Wir haben zusammen überlebt! Yay! Hier war aber gut, komm! Ja, der Killer war echt cool! Also es hat Fun gemacht! Good Game! Ich konnte... Ich habe den zweimal betäubt! Good Game! Auf jeden Fall! War sehr interessant! Oh, ich habe 13.000 Punkte gemacht! Ist das ein... Was hast du? Auf jeden Fall! Ey, und der hat... Rang 1! Rang 1! Oh, ist aber sofort... ...überleidig abgauen! Ja, guck mal! Die anderen, die haben alle... Ich mach mal... Ich mach mal... Ich mach mal... Okay! Ja, wir sind voll die Noobs! Wir sind... Die Mega-Noobs! Oh, der Exitus! Ah, der hat sich schon den ersten geholt! Ja, toll! So, Level 11 habe ich machen können! Kann ich nicht zwei Perks jetzt? Ne, ab Level 15 ist das, ne? Oder? Äh... Ich glaube wohl! Ich will da hin! Eine dunkle Wahrnehmung möchte ich gerne haben! Zwei! Ich will den schon! Ich will den schon! Kann ich denn noch was? Ja, ab Level 15 erst! Ah... Ärgerlich! Ärgerlich! So! Ist jetzt, äh... Noch ein... Wenn die ausgewogene Landung aktiviert ist... Ach so, den will ich aber nicht haben! Den Perk! Ich will das nicht! Nein! Also, ich lass mal einen alten drin! Ich bin Level 6! Die Wege des Lichts... Äh... Erfolgreich fünfmal Ausgangs-Modette! Ich rette fünf Überlebende vom Hark mit Nea! Okay! Das spiele ich ja gar nicht! Ne, ich mache mal erst einen so ein bisschen weiter und dann spiele ich die nächsten! Ja! Die Nea finde ich ganz cool! Ich weiß gar nicht! Ich weiß gar nicht, warum ich ihn hab! Die macht mir echt voll Spaß! Die hab ich jetzt auf Level 6 schon! Die Nea-Kausen! Ich hab ihn jetzt, äh... Den, äh... Dwight! Den Dwight! Hab ich auf Level 11! Ja, dafür hab ich aber auch schon die anderen, ne? Die andere, die, ähm... Die Thomas! Der muss ruhig hoch! Ey, Thomas mal an! Suche nach spielen!! Suche nach Spielen Ne, der Moment, des Kindermusikern... Ne, das ist... Nein! Ich mag dich! Du magst mich! Ich hab ein Mikro schon voll angerotzt! Nein quatsch, weiss ich nicht! Weiss das denn... Weiss ich nix! Was? Du sollst da nicht drauf rotzen? Nicht? Nein. Ich mag dich. Du magst mich. Einen besseren Freund wie dich gibt's nicht. Ach du alter Schleimer! Du meintest mich nicht, ne? Hey! Hey! Komm hörst du auf zu singen! Finden wir mal ne Lobby, was? Yeah! Oh! Hila ist bereit. Ich bin breit. Ich bin auch bereit. Und kaum hört die Faye auf zu singen. Finden wir ne Lobby. Ich mag dich. Nee hör auf, dann rücken die anderen auch vielleicht mal fertig. Entschuldigung. So schlecht singe ich gar nicht. Nein! Das ist ja auch nur Spaß. Warte doch, da findest du das immer toll, wenn ich singe. Welche? Kleine. Und die Große. Die Große. Ja. Die mag das auch voll wenn ich singe. Echt? Jetzt ohne Scheiße. Ja ist klar. Was? Nein! Die Große mag wirklich wenn ich singe. Die hat das gerne. Und die Kleine auch. Also die sind auch nicht schreiend weggelaufen. Deswegen schreit die eine immer. Was? Eine Wohnung möten. Kohlelager. Das ist ein Mac-A-Million anwesend. Diese Map. I hate this Map. Ach ist die Nebel-Map. Ja, die Nebel-Map ist das. Die ist zum Verstecken, oder was? Ich seh dann die Generatoren immer so schlecht. Sonsten ist die ganz doof. Ah, da hab ich einen Generator. Direkt am Ausgang. Vielleicht sollte ich den nicht ganz machen, oder? Ne, ich hab schon eine Herzschlacht. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab mich nicht gesehen. Das ist der Kettensägen. Achso. Jetzt hört er eh schon. Und der kommt jetzt zu mir. Alter wie geil, ey. Der ist am... Ich stand am Generator und der ist an mir vorbei. Ich hab mich nur hinterm Baum versteckt. Was'n Glück. Alter. Da soll bloß nicht zurückkommen. Soll ich den Generator am Tor direkt fertig machen, oder? Ja, doch, ne? Okay. Ja. So. Da hältst du den Atem auch an, wenn der Killer in deiner Nähe ist, oder? Oh, mein Perk ist weg. Wie, Perk ist weg. Ich hab' vergessen. Hast du da umgestellt? Kann das sein? Nicht mit Absicht. Welcher Perk ist jetzt weg? Der mit der Katze. Ah. Ja. Der war gut. Der war gut. Und schnell... Uey! Scheiße! Du bist angeditscht, würde ich sagen. Ja, der ist voll hinter mir hergejampt, ey. Ich bin da oben im Haus gewesen. Hatte mich versteckt. Seh' den. Brenn nur raus. Ey, fick. Die Henne. Fick die Henne, echt. Egal wer da ist, abhauen. Hat der nicht? Nee. Scheiße. Scheiß blöder Vogel. Schlimme ist, ich bin laut am Stirn. Und ich hab' den Generator im Haus gemacht, was? Oben. So. Wo bist du denn? Ich bin ganz in der hintersten Ecke. Äh, ich bin hier... Äh, ja. Gut. Keine Ahnung wo. Ich hör' den auf den. Ja, ich auch. Ich hör' also die Kettensäge. Ja, aber ich hab' kein Herz. Wo hockst du denn? Äh, ich bin in der Nähe vom Haken. Ja, super. Ist ja nur einer auf der ganzen Map. Warte mal. Da ist jemand im Haus und macht einen Generator. Nee, das bin ich nicht. Ich bin außen am Haus. Ah, ich werde grad. Ach so. Da war' ich nicht. Da war' ich nicht. Da war' ich nicht. Okay, ein Generator fehlt uns noch. Im Haus ist einer. Ja. Da geh' ich bestimmt nicht rein jetzt. Oh. Er kann's ja oben durch das Fenster springen. Ich hör' hier irgendwo noch einen Generator. Oh, ich hab' nen Herzschlag. Echt? Ich geh' mal eben. Was? Was? War das dein Handy gerade? Ja. Ich glaube schon. So, der Generator läuft schon. Und der im Haus ist, glaub' ich. Und der im Haus ist, glaub' ich, der einzigste, der noch net läuft. Ich glaub' nicht. Nee, du hast immer ein paar mehr, glaub' ich. Ich hab' ja so'n, so'n, so'n Kasten, ne? Bisschen schwer damit. Haus ist... Nee, ich hab' einen. Ich hab' einen. Wo? Aber warte, der kommt gerade hierhin, glaub' ich. Oh ja, ich geh' mal ganz nah. Ich bin direkt am Ausgang. Ist noch einer. An einem anderen Ausgang. Aber ich hab' gerade nen Herzschlag. Ja, ich auch. Und hier ist nämlich direkt ein Haken. Das fänd' ich nicht so schön. So, Herzschlag ist weg. Hier ist der noch. Ah, jetzt kommt der wieder. Ich hab' auch nen Generator. Ich hab' aber einen fetten Herzschlag. Ah, der ist hinter mir, ja, hinter mir, hinter mir. Ja, dann bist du in meiner Nähe. So, ich versuch' jetzt den letzten Generator hier zu machen. Alter, verpiesel dich mit dieser fucking... Ich komm' doch nicht wieder zurück! Warum kommst du nicht wieder zurück? Oh, Fail! Äh... Hau doch einfach mal ab! Ja, ich... Ich lauf' einfach nur. Ja, aber du... Du musst doch merken, dass du da gerade schon warst. Shit! Da ist'n Generator... Jetzt krieg' ich schon wieder nen Herzschlag! Ich lauf' nur im Kreis. Ne, mach das nicht! Entwo anders hin! Warte, 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 warte! Lenk den noch mal ein bisschen ab, da wo wir gerade waren. Ich versuch' den Eingang... Ne, der ist ja gar nicht mehr hinter mir her. Dann hab' ich jetzt ein Problem. Ja, hab' ich! Ich bin nämlich am Ausgang. An... An dem hintersten Ausgang. Ist der offen? Oh... Sofort, ja. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Ich seh' es rot leuchten. Ich seh' es rot leuchten. Ist offen? Ja, ist offen. Es ist offen! Es ist offen! Kaum zu glauben, Mann! Es ist offen! Hast du den jetzt aufgemacht? Bin noch hinter dir her? Weiß ich nicht. Blut'n bisschen. Ah, ja. Ah, 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 ah! Faye! Ah, ja, da! Au! Sag' mal! Spinnst du? Die verritierst mich! Hör auf! Auf zu stehen! Ähm... Ja, ja, ich hab... Ich hör's... Ja, sehen! Ja, ich glaub' wir müssen raus, ne? Ja, ja! Ja! Alter! Sorry! Ah, der hat mich nochmal erwischt, die Drecksau! Die Drecksau! Die Drecksau! Du Drecksau! Alter! Alter, das ist doch ein cooles Spiel! Ey! Rang 19! Muss ich sagen! Rang 19! Chaussee ist noch drinne! Ich hab' wieder ein Item mitgenommen! Und, äh... Und, äh... Die Nero... Es tut mir so leid, dass wir raus mussten! Echt! Ja! Story! Ganz ehrlich! Der war hinter uns her! Sonst wären wir echt noch nicht rausgekommen! Ja, echt! Aber, aber, ja... Oh ja, die geht jetzt auch raus! Die geht auch raus! Der andere wartet noch! Sie wartet auch noch! Klar! Als, äh... Verstärkung! Der ist aber im anderen Ausgang! Achso! Achso! Der hat eine Glücksfeder hoch 3! Endi, wartet, dass der kommt! Hat die die Taschenlampe? Das ist, äh... Ne, ist gar keine Taschenlampe! Find ihre Handschuhe! Ich hab' ein Item mitgenommen! Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Außer den Killer auf mich hetzen! Und Items zu sammeln! Den Killer ablenken! Der ist voll oft auf mich zu! So, die haut auch gerade ab! So, der andere ist auch raus! Sauer! Alle 4 überlebt! Zeig 3! Meiner war 4! Äh, voll geil! Hat... Aber ich hab... Weißt du, was da löst? Ich hab' 10.000 Punkte gemacht, ne? Hat auf jeden Fall fair gespielt! Ah, schade! Ist rausgegangen! Ich hab' auch nur 9.000! Wieso hab' ich 10.000 Punkte gemacht und krieg' nur 9.000? Ähm, dann hast du irgendwo verkackt... Irgendwo hab' ich... Äh, zwischendrin auch... Ach, ist ja verletzend! Ich hab' 10.000... Bei mir hast du auch 10.047... Ich hab' 156... Du hattest nicht mal'n Perk... Perk! Ich hab' es ohne Perk geschafft! Geil! Ich bin Level 7! Gute Game! Das will ich hören! Deja Vu! Schaltet Potenzial in der eigenen Aura diese Fähigkeit frei! Eine Generator... Werden dir angezeigt für 4 Sekunden... Ein Generator wird dir für 4 Sekunden angezeigt... Bei Beginn einer Runde! Wenn du eine Karte hältst, die Generatoren aufspüren kann... Werden die durch Deja Vu angezeigten Generatoren... Der Kart hinzufügen! Aha! Aha! Das ist auch ein geiler Perk! Gut! Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen! Ich will nur ne Runde! Ne! Jetzt ist vorbei! Wenn... Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist! Oh nein! Doch! Ich hab' Hunger! Ich muss was essen! Frau Koch! Und, äh... Ich mach' mal mutig! Schließ' mich jetzt hier mal ein! Äh... Oh, das war so geil! Wir haben jetzt echt zwei Spiele... Gewonnen! Haben wir zwei? Zwei haben wir gesagt? Ja! Zwei Stück! Wo wir beide gemeinsam durch sind! Echt? Jo! Ich dachte, wir werden das erste jetzt, wo wir gemeinsam durchgehen? Nein! Das zweite! Bei dem anderen sind wir mit allen immer zusammen! Ich... Ich leide so an Kurzzeitgedächtnis! Das ist schon gar nix für! Also, das war echt ne geile Runde! Was? Das war diesmal echt ne sehr geile Runde! Jo! Auf jeden Fall! Haben wir schön gemacht! Haben wir fein gemacht! Fein hat das gemacht! Es war auch sehr lustig! Muss Gott sei Dank! Ja! So! Jetzt aber... Tschüüss! Und, äh... roughfhinhk grab euch wohl. Bye Bye! Tschüß! Uh... Vielen Dank.